Meine Damen und Herren, hier kommt gleich eine Kollegin, eine alte Freundin von mir, die heißt Granny Putsch. Das Problem ist nur, ich muss jetzt den Kuchen verstecken, weil die ruft nämlich immer gleich, ich will alles. Ja, na das war jetzt eine Überleitung, ne? Boah, ältere Römer, meine Damen und Herren, das ist Überleitung 2010.